So Leute, bin ich schon wieder zurück. Ihr seht schon, Moritz hat mal wieder zugeschlagen, alias Barbossa09. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank erstmal generell für den ganzen Support, dafür, dass ihr in den Livestreams dabei seid, auch heute Morgen zum Beispiel, wo ich einfach nur entspannt Arena gespielt habe und trotzdem waren die Leute da. Also erstmal, ich kann nur immer wieder Danke sagen, auch an alle, die die Videos liken, die kommentieren, wirklich immer wieder Danke, Danke, Danke. So, ich bin mal gespannt, was Barbossa mir jetzt geschenkt hat, weil den Dingskin habe ich mir selber gekauft, damit ich nicht alles geschenkt bekomme. Wir gucken einfach mal rein, in 3, 2, 1, 0. Das Emote hat noch gefehlt. Vielen Dank, Moritz. Ich wollte nämlich schon noch fast zum Luca sagen, das Emote habe ich ja auch noch nicht. Also, wie gesagt, Moritz, vielen, vielen Dank für das Emote. Im Zwischen habe ich glaube ich schon gefühlt, fast alle Emotes, die ich besitze, von dir geschenkt bekommen. Davor natürlich von Zampal, Raptor und wie sie alle hießen. Ich will da jetzt keinen irgendwie in den Vordergrund heben, aber Raptor und Zampal waren halt schon die Vorreiter, sag ich jetzt mal. Und wir gehen gleich noch in den Shop rein. Das Video hier kommt aber danach. Kann sein, dass der Seestock dann nicht mehr im Shop ist. Also, in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Geht in die Videobeschreibung, lasst dir Moritz ein Abo da. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.